Wacken Radio präsentiert den Hämatom Beichtstuhl. Der freakige Podcast von und mit Hämatom. Nur live auf Wacken Radio und unter hämatom.de. Good morning Vietnam. Hier sind euer Lieblings-Podcaster, der Süd und der Ost. Die zwei Schlecken, auf die ihr so lange wieder warten müsstet. Genau, musstet, Entschuldigung, genau eine Woche lang, waren wir wieder weg vom Fenster. Jetzt sind wir wieder da. Na Süd? Ja, wir sind wieder da und genau das habe ich auch gerade in den Kommentaren gelesen, hat einer geschrieben, warum gibt es den Podcast nicht täglich? Genau. Vielen Dank für dieses Kompliment. Nein, warum machen wir einfach nicht 24-7-Podcasts? Big Brother-mäßig, weißt du? Ständig die Cam dabei, ständig eine GoPro auf dem Schädel und ein Mikrofon. Und das einfach in die Welt raus senden. Und jetzt hast du hier schon den ersten Punkt losgestoßen. Big Brother von Big Brother, wollte ich schon sagen. Von Big Brother komme ich auf Daniel Kübelberg. Hast du den auch gelesen? Nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Lass mal West rein. Vielleicht kommt da West mit Daniel. Glaubst du, West hat ihn dabei in der Frage? Ich bin mir ziemlich sicher. Muss ich dieses Thema aufgreifen, natürlich, weil es wieder um Kreuzfahrtschiffe geht. Ja, unglaublich. Als ich das gestern gehört habe, ich hätte beinahe mein Lenkrad nach links gerissen und hätte eine 360-Grad-Wendung gemacht. Ist das der neue Trend? Jumps von Kreuzfahrtschiffen? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass Daniel Kübelberg ein Riesenfan unseres Podcasts war. War. Man darf, glaube ich, leider jetzt sagen, war. Denn ich habe mich so ein bisschen informiert. Er hat nicht aufgepasst, muss man sagen. Er hat nicht aufgepasst. Du musst aufpassen, in welches Meer du springst. Und ich denke, dass er wirklich falsch informiert war. Er hat nur so ein bisschen zwischen den Zahlen gehört bei uns. Und wusste natürlich nicht, dass du bei 10,5 Grad, so kalt ist es nämlich angeblich da bei Neufundland, wo er da über Bord gegangen ist, da sind natürlich die Überlebenschancen echt ziemlich gering. So viel Yoga kannst du gar nicht machen im Wasser. Nee, da werden 10 Stunden, puh, das wird wahrscheinlich nicht machbar sein. Naja, wie gesagt, vielleicht können wir da nochmal mehr näher ins Detail gehen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir wieder hier sind. Ich bin heute übrigens sehr gut drauf. Also diese scheiß Herbstdepression, die hat sich ein bisschen verschoben. Überstanden? Nee, 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 ich habe es nicht überstanden. Ich glaube, sie kommt wieder, aber wenn das Wetter halt wieder beschissen wird. Jetzt ist gerade bei uns, zumindest hier im schönen Franken, ein wunderschönes Wetter heute Abend. Die Sonne scheint. Mein Rasen wird wieder grün. Mein Mirabellenbaum, den ich ja gedüngt habe mit. Meine Pisser und der Pisser, viele andere Leute. Ich erinnere mich, ja. Blüht vor sich hin. Es sieht sehr grün aus. Ja, das war so mein Wochenende. Ich habe mich ein bisschen um meinen Garten gekümmert, das Wochenende. Hey, ihr Faltenspritzer. Habt ihr Chemnitz gut überstanden? Heute mal weniger politisches Genitalgegurke? Ich versuche die ganze Zeit, die neue Lichterlosinger zu kaufen, damit ich damit gegen meine Schildkröte kämpfen kann. Na ja, dann lass uns beginnen, damit ich schnell durch bin mit eurem leise Pupsergeschnacke. Hei, 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 hei. Das sind mehrere Angriffe hier, Westi, auf uns. Politisches Genitalgegurke. Es ist egal, wann wir was sagen, es ist irgendwie immer politisch. Also zumindest meistens. Wie bei allen anderen Menschen, oder? Da draußen. Wie bei allen anderen Menschen. Deswegen, wenn irgendwie so Kommentare kommen... Danke, West, für diese Begrüßung. Ja, ja, wenn immer so Kommentare kommen, macht man Musik und keine Politik, dann habt ihr irgendwie Hämatom verpasst die letzten 14 Jahre, muss ich sagen. Also wir waren schon immer eine politische Band und das wird sich, glaube ich, und hoffentlich auch niemals ändern. Nee, also dann haben wir ja nichts mehr zu singen. Also dann weiß ich gar nicht, dann würden wir, glaube ich, Instrumentalmusik machen. Ja. Ob wir Chemnitz gut überstanden haben. Ja, also ich war ja in Chemnitz und ich habe Chemnitz tatsächlich sehr gut überstanden. war eine sehr schöne und wichtige Veranstaltung, wie ich fand. Und ja, eine sehr schöne, friedliche Stimmung in der Stadt. Alles super, super durchorganisiert. Sehr, sehr sicher. Irgendwie sehr viele junge Menschen auf der Straße mit schönen Plakaten und Bannern und so. Das hat mir ein bisschen Aufträge gegeben. Habe ich gebraucht mal wieder. Also ich persönlich war nicht da, habe Bilder gesehen und es wirkte wirklich so, Chemnitz ist bunt. Und das ist eine schöne Message, ein schönes Feeling irgendwie. Fand ich super. Ja, wow. Ich fuhr auch wirklich gut gelaunt nach Hause. Vielleicht bin ich deswegen so gut drauf seitdem. Ich weiß auch nicht. Wurde es ab dem besser? Ab dem, das war Montag, glaube ich, ne? Ja, es wurde die Stimmung wieder. Ja, die Stimmung ist wieder ein bisschen gekippt, es wurde ein bisschen besser. Und ja, ich habe so den Glauben wieder so ein bisschen zurückgewonnen. Okay, erste Frage. Ja, ich bin bereit. McDonald's oder Burger King? Oh, 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 oh. Um politisch im Thema zu bleiben, die Mutter alle Probleme in Deutschland. Ist auf jeden Fall das Fast Food Restaurant. McDonald's oder Burger King? Ja, es gibt wirklich Situationen, da bist du nachts um drei unterwegs und das Einzige, was noch geöffnet hat in der Nähe einer Autobahn, ist McDonald's oder Burger King. Ich glaube, Ost ist McDonald's, ich bin Burger King. Ist das richtig? Nee, da muss man ein bisschen tiefer reingehen. Wenn es schon die Mutter alle Probleme ist, dann finde ich, kann man das nicht mit einem Nebensatz irgendwie so abhandeln. Man muss da so ein bisschen tiefer reingehen in diese Problematik. Tatsächlich war ich früher ein tierischer McDonald's Fan. Das hat dann irgendwann gekippt. Wegen dem Burger. Weißt du? Weil ich hatte irgendwie so den Eindruck, die Burger King Burger sind ehrlicher. Die sind irgendwie selber zubereitet. Da steht der Mitarbeiter noch hinten und knetet wirklich so das Hackfleisch und formt es zu einer Burgerform. Mit Sicherheit nicht. Doch, doch. Davon war ich überzeugt damals. Bestimmt vier, fünf Jahre. Mit Sicherheit nicht. Wir haben früher sehr oft den Geiselwind gespielt und andockend an das Tanzcenter Geiselwind war ein Burger King. Und unser Catering war damals, fand praktisch im Burger King statt. Und du, wir haben uns da durchgefressen durch die komplette Speisekarte jahrelang. Und wie gesagt, damals war ich ein großer Burger King. Die wirklich riesig ist, diese Speisekarte. Ja. Und irgendwann hat es wieder gekippt. Und weißt du warum? Wegen dem Pommes, Alter. Ich finde die Pommes von McDonalds einfach geiler. Das sind genauso die Leute, die sagen, ey, ich lese die Bild-Zeitung nur wegen dem Sportteil. Ja, mache ich auch. Ich bin einer davon. Nicht wegen der großen Schlagzeilen. Wir glauben, dass die Burger noch selbst geklopft werden oder geformt werden. Ich habe zufällig auf Limitart, das ist eine Seite bei Instagram, der folgen wir mit unserem Hämatom-Channel. Heute Morgen gesehen, wie die Chicken McNuggets in den Chicken McNuggets Vollautomaten zubereitet werden. Echt? Und kommt zuerst das Huhn rein und es kommt hinten ein Chicken McNugget raus? Dieser Teil wurde leider nicht gezeigt. Ach, ich nehme es mal an. Das hätte ich gerne gesehen, Alter. Ich nehme es mal an. Also wirklich so direkt, also wirklich so eine Pipeline von der Hühnerfarm in die McDonalds Chicken McNuggets Produktionshalle. Mit Sicherheit. Übrigens, das ist sehr gern von mir erwähnt. Ja? Das Huhn ist das meist missbrauchteste Tier der Welt. Ja. Ja, sagst du dann so. Ja. Nee, bin ich mir sicher. Dann musst du sagen, schrecklich. Ja, das ist auch schrecklich. Bin ich mir sicher. Ich bin, Gott sei Dank, habe ich eine große Hühnefarm zu Hause und erziehe oder beziehungsweise ernähre die Hühner eigenständig. Es gibt für mich tatsächlich auch einen Riesenunterschied, beziehungsweise eigentlich den markantesten Unterschied, wenn man irgendwie ein Bio-Hühnchen isst und ein gekauftes Hühnchen. Ja, das schmeckt man. Ja, das schmeckt total anders. Das finde ich, diesen Unterschied hast du nicht bei Schwein, diesen krassen Unterschied hast du auch nicht bei Rind. Den hast du tatsächlich, finde ich, am meisten bei Hühnchenfleisch. Deshalb, ja. Bin ich voll bei dir. Trotzdem, man muss aber leider sagen, leider geil sagen in diesem Zusammenhang, dass so manchmal, wie du schon gesagt hast, entweder um 3 Uhr nachts oder auch als ich von Chemnitz zurückgefahren bin, war noch ein McDonald's-Schild irgendwie am leuchten und wir sind dann eingekehrt und es ist einfach manchmal geil. Irgendwie ist es manchmal geil, aber man muss es natürlich vermeiden, wenn man es vermeiden kann. Dazu Chicken McNuggets, hey, das ist. Und was bei mir noch erwähnenswert ist, ich kann ja irgendwie nicht im Bandbus schlafen, ich kann es nicht irgendwie hier Ost immer am Schlafen und der Nord immer am Schlafen. Nee, das stimmt überhaupt nicht, der Nord pennt immer, ich penne nie in einem scheiß Bandbus. Es ist so krass. Naja, wenn du ein kleines Kuschelkissen da mitnimmst, dann bist du schon auch gut am Schlafen. Aber da muss mir jemand dabei die Eier krauen, dann schlafe ich. Machst du ja, machst du ja Gott sei Dank sehr häufig. Das mache ich ja dann immer. Und wenn ich aber auf, also wenn ich dann einschlafen würde und nicht mehr krauele, dann wachst du eben auf, deswegen kann ich nicht einschlafen. Nee, das Einzige, wenn ich einschlafen kann oder dass ich einschlafen kann im Bus ist, wenn ich zum Burger King gehe. Ich glaube, das ist dann, mein Magen ist dann mit dieser Fettbombe so überfordert, dass ich dann wirklich, da schlafe ich dann sofort ein und schlafe dann wirklich zwei Stunden durch. Das ist dann auch ein Vorteil durchaus von Burger King. Ansonsten wird das natürlich vermieden. Also auch hier alle außen, die Familien haben und so, geht lieber in Döner. Döner essen, ja, weil das Dönerfleisch wird auch sehr biologisch zubereitet. Habe ich auch mal im Bericht gesehen. Also da könnt ihr wirklich auf gute Qualität verlassen. So eine 99 Cent Döner in Berlin, lecker. Wirklich. Ich weiß auch nicht, wie sie das hinbekommen bei diesen Kampfpreisen. Immer auf Biofleisch zurückzugreifen, aber sie schaffen es. Ja, da bin ich mir sicher. Die Brötchen aus Rumänien, das Dönerfleisch aus Polen. An der Soße wird aber gespart. Ja, ist auf jeden Fall eine Alternative. Übrigens, weißt du bestimmt, ist eine alte Weisheit, die ich jetzt hier kundgebe. Man darf offiziell, zumindest in England, glaube ich, darf man sagen, dass McDonald's, dass die Burger von McDonald's kein Fleisch sind, kein Essen. Weil es irgendwie eine Pampe ist, die so wenig Fleischgehalt hat. Dass es nicht als Essen gilt. Und wer hat diese Klage losgetreten? Ja, das war ein englischer Koch. Müsste ich jetzt googeln. Ja, das ist peinlich, dass ich gerade nicht weiß. Es war der englische Koch. Ja, ja. Und der hat vor Gericht auch gewonnen. Die englischen Gerichte haben ihm recht gegeben. Ja, schön. Wie heißt er denn? Oh, das muss man doch wissen. Ich kriege jetzt richtig Bock, einen Burger zu essen, muss ich sagen. Pass auf. Er hat vier Kinder übrigens. Googlest du gerade? Er ist total sympathisch. Ja. Er hat vier Kinder, ist total sympathisch. Jamie Oliver. Jamie Oliver, natürlich. Und ein sympathischer Typ, der auch irgendwie dann wirklich so für Straßenkits oder für, ich weiß es nicht, oder für Schulen, glaube ich, einfach gekocht hat und so. Für Schulen, kostenlose Burger verteilt von weg. Der macht tolle Sachen, gibt auch tolle Kochbücher an dieser Stelle, auch einfach mal eine Kochbuchempfehlung meinerseits. Das könnten wir mal machen. Und wir können ein Koch-Special mal machen. Also wir machen einen Podcast, während wir kochen. Ja, aber du kannst ja nicht kochen. Eine Kochshow, ich kann überhaupt nicht kochen. Deswegen ist es umso lustiger, eine Kochbuchempfehlung von mir zu bekommen. Ja. Aber man muss auch sagen, du bist echt ein leichter Kunde. Oh, danke. Also das nehme ich als Kompliment. Ja, finde ich wirklich. Also wenn ich vor Produktion immer meinen Kochlöffel schwinge, egal was ich da für eine Scheiße zusammenbrutzle in der Pfanne. Du sagst immer, mmh, 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 voll, 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 voll. Das finde ich gut. Man muss sich auch wenig Mühe geben. Da hole ich gerne mal so ein paar Chicken McNuggets oder ein bisschen Ketchup drüber. Mmh, lecker. Ja, das war die Mutter, alle Probleme. Also wir sind bei McDonald's beide. Nee, du bist bei Burger King, oder? Burger King, Burger King. Alles klar, ich McDonald's. Amen. Amen. Frage zum aktuellen Zeitgeschehen. Daniel Kübelbock springt von der AIDA und wird vermisst. Ah, ja, ja, da ist ja tatsächlich die Frage von Westi. Mensch, geil. Aber das wusste ich gar nicht. War es eine AIDA? Ja, das war anscheinend eine AIDA-Kreuzfahrt, ja. Und er war, glaube ich, privat dort. Er war privat dort? Ich habe zuerst versucht, alles zu lesen, was ich gefunden habe. Ja, ja, ja. Aber AIDA habe ich nirgendwo gelesen. Aber ist das nicht ein krasser Zufall? Auf der Fahrt nach New York. Aber ist das nicht ein krasser Zufall, dass wir zwei Wochen lang über dieses, ne, eigentlich sogar drei Wochen lang, glaube ich, über dieses Story hier berichten in unserem investigativen Podcast. Und dann springt einer der größten deutschen zeitgenössischen Popstars, der sich mittlerweile übrigens Kaiser Kübelbock nennt, Offizier. Aber weißt du warum? Na, ich bin ziemlich sicher, dass er es mit Jürgen Drews irgendwas zu tun hat. Nee, er wurde adoptiert. Und deswegen dieser Doppelname. Wurde er jetzt im Nachhinein mit 32 adoptiert? Er wurde jetzt mit 32 adoptiert und dann diesen Doppelnamen angenommen. Nein. Erstens das. Zweitens war er jetzt auf der Schauspielschule. Übrigens für alle vielleicht jüngeren Zuhörer oder die jetzt vielleicht nicht immer RTL2 oder ich weiß nicht, welcher Kanal das damals war, geschaut haben. Gibt es noch andere Sender als RTL2? Bei mir nicht. Daniel Kübelbock war in der ersten Staffel, du kannst mich verbessern, wenn es nicht stimmt, von Deutschland sucht den Superstar Platz Nummer 3. Hat damals gegen den Klafs... Das hast du schön bei Wikipedia rausgelesen. Das hätte ich auch gewusst, ohne dass ich bei Wikipedia nachgucke, mein Freund. Nein, das wusste ich noch. Also ich wusste noch 3. 3. Platz und ich wusste, ich war auch nicht ganz sicher, ob es die erste oder zweite Staffel war, aber es war glaube ich die erste, ne? Ja. Mit dem Klafs, wie heißt der mit Vornamen? Keine Ahnung. In den ersten Platz. Jürgen Klafs? Nee, 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 nee. Ist auch scheißegal, wer braucht Jürgen Klafs oder wie auch immer heißt. Der spielt übrigens jetzt an Tarzan in irgendeiner Musical. Genau, in irgendeinem Musical ist er aktiv, ne? Ja, ja. Auf jeden Fall, ich habe nämlich auch so ein bisschen, zumindest einen Artikel oder mehrere Artikel dazu gelesen und da stand drin, dass Kaiser Kübelbock über zwei 2,2 Millionen Platten verkauft hat. Ja, mehrere Golde, Goldene. Und hat anscheinend sehr raffiniert sein Geld angelegt, ne? Wirklich? In Kreuzfahrtschiffe? Nein, nein, damals sehr innovativ noch, mit hoher Rendite in erneuerbare Energien. Okay, okay. Dann hat er sich so richtig vom Papa Kaiser adoptieren lassen. Nee, das war davor, ich glaube wirklich sein Daddy war damit sehr aktiv. Okay. Wahrscheinlich hat sein Daddy ihn auch irgendwie so immer so in diese Karriere reingetrieben. Ja, aber warum lässt man sich denn adoptieren, wenn man einen Daddy hat? Um ein Kaiser zu werden? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Einfach, um mal wieder so ein bisschen in die Schlagzeilen zu kommen, oder? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und jetzt ist wieder dieser geile Unterschied. Ich habe versucht, dir wirklich alles über diesen schlimmen Vorfall irgendwie herauszufinden. Habe dann von der Süddeutschen Spiegel, Bild-Zeitung, Welt, alles gelesen. Ja, das ist wichtig. Hast du Trump-News auch dazu befragt? Nein, noch nicht. Aber ich denke, er geht davon aus, dass es Fake-News sind. Weil er auf dem Weg nach New York. Und was glaubst du, in welcher Zeitung stand, dass er auf diesem Kreuzfahrtschiff regelmäßig in Frauenklamotten gesehen wurde? Das kann nur die Bild gesagt haben. Ja. Lügenpresse! Lügenpresse! Genau, also das ist auch noch ein sehr wichtiger Punkt bei dieser ganzen Sache. Also er wurde sehr oft in Frauenklamotten jetzt bei dieser Kreuzfahrt gesehen. Ja, aber das ist doch auch keine Überraschung bei Daniel Kühlenbeck, oder? Nee. Ich frage mich immer ein bisschen, hat er damit gespielt? Er ist hier nicht so richtig geoutet? Nee. Aber ich dachte ja, als ich das das erste Mal gehört habe, das wäre so... Ach Gott, wie ist der Schlagersänger? Weiße Rosen und so. Der aus dem Fenster... Rio, aus dem Fenster gesprungen ist. Ja, ja, der Marmorstein oder Eisen? Nein, der aus dem Fenster gesprungen ist. Ah, ja, 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 der bei Möbelhäusern gespielt hat. Äh, äh... Bleck, oder? Roy Bleck, Roy Bleck. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Entschuldigung, Westi. Nein, Entschuldigung, Südi. Applaus aus München. Mit wem spreche ich denn jetzt hier überhaupt? Genau, ich dachte, das wäre so eine Roy Bleck-Geschichte. Also er muss dann wirklich unten in der kleinsten Tanzbar des AIDA-Schiffes spielen und fasst den Entschluss bei der Zugabe, als er dann irgendwie Roy Bleck covern muss, weil seine eigenen Songs nicht mehr gewünscht werden. Dann muss er irgendwie eine Roy Bleck-Nummer covern und denkt sich, als er diesen Song singt, okay Leute, jetzt reicht's, jetzt hab ich die Schnauze vor, jetzt geh ich nach oben und spring einfach hin, das ist Wasser. Ich glaube, wenn, wenn, wir wissen ja noch nicht wirklich verifizierte Details. Ist doch egal, trotzdem können wir ihn schon durch die Straßen jagen. Wer braucht schon Details? Ich glaube, sein Problem war, er ist dem Ruhm verfallen. Geld war, glaube ich, wirklich kein Problem. Aber er hat irgendwie so diese Sucht von Ruhm bekommen. Er konnte dann nicht mehr raus, er hat irgendwie diese, dauernd irgendwie so diese Anerkennung gebraucht. Das wäre meine hobbypsychologische Einschätzung. Ja, ja, du kann ich absolut nachvollziehen, mir geht es ja ähnlich, sobald ich eine Woche lang nicht in der Bild-Zeitung stehe, kriege ich schon ein bisschen Ausschlag hinten am Rücken und verfalle wieder in dem Alkohol. Ich bin da ganz anders, hätte ich genug Geld, ich würde mich zurückziehen. Du würdest den Stefan abmachen? Ah, dieu. Hier zu Janosch auf irgendeiner Insel Alkoholiker werden. Nein, würdest du nicht machen, du würdest Musik machen. Janosch macht ja irgendwie seine Bilderbücher und dann lebt er eigentlich noch, weiß ich jetzt gerade gar nicht, und ich würde dann vielleicht Musik zu seinen Bilderbüchern machen. Ja, du würdest schlechter experimentelle Musik machen. So am Didgeridoo. Süd am Didgeridoo. Oh, 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 jetzt irgendwie übrigens experimentelle Musik, bei mir sprudelt es gerade noch so. Es gibt übrigens so meine alte Drogenmusik namens Grobschnitt jetzt auf Spotify. Ja, Grobschnitt. Ich habe jetzt leider was anderes irgendwie für die Playlist ausgedacht, aber da müssen wir auch irgendwann mal zu sprechen kommen. Da muss der Improvisieren, ja. Okay, Kübelwerk haben wir abgehakt, oder? Ja, ja. Amen. Amen, aber wir stay tuned, wir sind dran an diesem Thema und können da hoffentlich nächste Woche mit neuen Fakten dann aufwarten. Auf jeden Fall. Macht so ein bisschen Spaß, Journalist zu spielen, oder? Ulter. Das ist so wie Oliver Kahn. Er hat ja immer diese Beschimpfung gebraucht. Er hat gesagt, er hat sich am wohlsten gefühlt, wenn hinter ihm irgendwie 40.000 Leute standen, die ihn mit Bananen vollgeworfen haben oder auf ihn geworfen haben. Wirklich? Ja, wenn Halbdeutschland irgendwie die Lügenpresse verurteilt, dann möchte ich Lügenpresse sein. Okay. Amen. Amen. Freakfrage. Könntet ihr euch vorstellen, beziehungsweise was muss geschehen, damit ihr einen anderen Menschen tötet? Oh, oh, oh. Sag mal, Wes, du schwankst da irgendwie zwischen Stephen King und Pornofilmen, oder? Jedes Mal. Jetzt frage ich mich auch gerade, was dem vor sich geht. Was müsste passieren, damit ich einen Menschen umbringe? Oder, Wes, hast du irgendwas Komisches gemacht am Wochenende und jetzt suchst du irgendwie Gleichgesinnte? Äh, nee, äh. Ja, da wird es aber sehr privat. Ich hoffe nicht, dass es nicht so weit kommt. Naja, ich glaube tatsächlich, dass in manchen Situationen, davon bin ich überzeugt, wenn die Situation die richtige ist oder beziehungsweise die falsche ist, und dann wird es dann wirklich sehr privat und geht es dann wahrscheinlich in die familiäre, Richtung, Stichwort Kinder und so weiter, dann könnte es vielleicht dazu kommen. Aber ich hoffe tatsächlich nicht, dass ich jemals, jemals in diese Situation komme. Ja, ich auch nicht. Aber ich glaube auch, Rache sozusagen. Rache, wie es irgendwie jeder amerikanische Blockbuster vorlebt. Ja, Rache, oder? Rache glaube ich gar nicht so richtig. Ich glaube, dass wir eher so die Angst oder beschützen, wäre, glaube ich, so das stimmt. Ja, wahrscheinlich auch, ja. Ja, das, ja, da müssen wir jetzt irgendwie so ein bisschen komisch werden. Wahrscheinlich könnte ich es auch nur mit einer Schusswaffe. Bitte? Also, ich hatte noch nie eine Schusswaffe in der Hand, aber wahrscheinlich könnte ich es sogar nur mit einer Schusswaffe. Nee, ich könnte jetzt nicht mit einem Messer auf jemanden losgehen oder so. Nee, ich glaube, ich wäre so eine fiese Sau. Ich würde das Beißen anfangen und Haare ziehen und so. Aber es geht um Umbringen, ne? Ja, ja, ich würde versuchen, durch einen Tittenzwicker ihn kalt zu machen. Oder Zähennägel rausreißen. Mit den Zähnen. So eine richtig harte Bestrafung. Ja, Amen, oder? Die uns beiden wehtut. Ja, Amen. Wie steht ihr zur Entwicklung vom Fernando Express? Gefühlt rollen die drei Tanzgiganten gerade die Szene von hinten auf. Spürt ihr deren Atem in eurem Nacken? Wie heißt diese? Ist das eine Band oder was? Fernando Express, aber bist du behindert, Alter? Fernando Express noch nie. Wir hören Fernando Express seit ungefähr drei Monaten rauf und runter in der Backstage. Ach so, das ist Fernando Express. Natürlich ist das Fernando Express, mein Freund. Ach so. Finde ich großartig, dass du diese Frage eingestreut hast. Also, ich spüre, also ich, tatsächlich habe ich so ein bisschen Angst. Das wäre vielleicht ein Grund, jemanden zu töten, wenn Fernando Express uns überholt irgendwann. Also, ich spüre eher gar nichts bei Fernando Express. Alle, die diese graniose, großartige Band wirklich noch nicht kennen. Moment, meine Zigarette ist gerade rausgegangen. Ich rauche nämlich. Sehr gerne. Aber sind die eigentlich bekannt? Naja. Ich bin zwar jetzt nicht so drin in diesem Thema wie Leo, unser Manager, der wirklich ein großer Fan, fast schon fanatischer Fan dieses Trios ist. Dennoch komme ich immer mehr rein. Ich glaube, die haben jetzt gerade einen Lauf, ja, tatsächlich. Aber können die zum Beispiel den Amigos das Wasser reichen? Es ist hart, aber sie sind auf dem besten Wege dahin, ja. Okay. Mein großer Traum ist, wir haben, wie wir es ja, nächstes Jahr 15-Jähriges in Gelsenkirchen. Mein großer Traum ist, dass Fernando Express ein Teil dieser Väter werden. Fernando Express als Headliner? Ja, vielleicht sogar, dass wir ihnen unseren Platz schenken, ja. Das kann sein. Nein, aber irgendwie so eine After- Wir planen ja vielleicht so ein After-Show-Zelt, äh, Party-Zelt. Und dass sie da irgendwie so einen Aufspiel. Der, 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 großartige, also es sind zwei Jungs, ähm, und ein Mädel, was heißt Jungs und Mädels, sind schon eher alte Leute. Ähm. Und machen, glaube ich, seit 70 Jahren Musik. Haben aber erst mit 30 angefangen. Ähm, haben großartige Hits. Ich glaube, der bekannteste Song ist tatsächlich Mein Paradies. Ähm, oder mit dem... Natürlich, schönen Titel. Ja, du, die haben mega Titel. Äh, weiterer Song. Mit dem, mit dem Albatross nach Süden. Der rote Mond von Agadir zum Beispiel. Ach, herrlich. Die weißen Segel von Santa Monica. Ey, ich hätte jetzt voll Bock mal wieder... Weißt du noch, als wir dieser, dieser Text da mal durchgestübert haben? Na, da kann ich mich erinnern. Pass auf, jetzt hauen wir mal einen, ähm, Fernando Express Song. Was willst du, Herren? Mein Paradies mit dem Albatross nach Süden? Nee, Albatross nach Süden. Der Albatross nach Süden, oder? Ja, ja, das ist... Also, pass auf, mit dem... Klingt sehr vielverschwendig. Albatross nach Süden. Lyrics. Ich bin gespannt, ob es überhaupt Lyrics dazu gibt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, sie haben sich selber reingestellt. Lyrics, tatsächlich, da gibt's die. Also, pass auf. Wahnsinn. Dann haben sie doch irgendwie mehr so jüngere Leute, ne? Die gibt's, glaube ich, auch bei Spotify. Und die Klickzahlen sind erstaunlich gut. Okay, ich hab's, pass auf. Mit dem Albatross nach Süden. Rot war der Mond, still war das Meer. Damals am schneeweißen Strand. Da waren die Sterne so weit, der Abschied so lang. In der Nacht, als mein Herz zu die fand. Es geht schon wieder ums Ficken. Merkst du's? Selbst bei Fernando Express geht's schon wieder ums Ficken. Mit dem Albatross nach Süden möchte ich ziehen. Wie mit weiten Segeln nur zur Sonne hin. Weil der Sommer ewig ist, da wo du zu Hause bist. Und im Winter rote Rosen für mich blühen. Mit dem Albatross nach Süden möchte ich ziehen. Ein letztes Mal in deinem Arm. Du sagtest, bleib einfach hier. Ich ließ die Sehnsucht bei dir. Sagte, warte auf mich. Irgendwann fang ich hier nochmal an. Leck mich am Arsch. Das ist schon... Tut mir leid, da brauch ich nicht mehr zu sagen, oder? Ja, das hat mich jetzt richtig in den Bann gezogen. Ganz ehrlich, ich brauch hierzu nicht mehr zu sagen. Weißt du, einen letzten noch kurz, okay? Sehr gerne. Der rote Mond von Agadir. Das klingt auch sehr lyrisch. Moment. Heiß war es auf dem Bazar, als ich seine Augen sah. Er sprach, wenn es dir heute gefällt, zeige ich dir meine Welt. Er nahm mich an meiner Hand, der Prinz aus einem Zauberland. Da war nur der Himmel. Da könnte ich ihn sehen. Der rote Mond von Agadir. In einer Nacht der Zärtlichkeit. Es ist schon wieder... Es geht nur ums Vögeln, Alter. Aber glaubst du, sie waren schon mal in Marokko? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie diesen Song in Marokko geschrieben haben. Nach einer wahren Begebenheit. Möchte ich einfach leben jetzt und hier. Hör mal, was dein Herz dir sagt. Egal, wonach der Morgen fragt. Ab heute zählen nur noch wir. Der rote Mond von... Agadir. Leckt mich am Arsch, ist das geil. Leute, ihr müsst Fernando Express liken und anhören und YouTube-Klicks draufknallen. Das ist wirklich groß. Vergisst Lichterloh. Wer braucht schon die Lichterloh-Single, die jetzt am Freitag rauskommt? Kein Mensch. Ihr braucht unbedingt die neue Scheibe. Habe ich übrigens bestellt. Kein Witz. In doppelter Ausführung. Die neue Scheibe von Fernando Express. Da kommt jetzt was Neues, oder was? Oder ist es genau das? Da kommt jetzt demnächst was Neues, ja. Na, ich kann mal gucken, wann es kommt. Pass auf. Ich bestelle ja meine Musik immer bei... Na, gucke ich mal nach, wann die neue Scheibe von Fernando Express rauskommt. Wo sind wir stehen geblieben? Wir sind... Achso, finde ich aber tatsächlich sehr schön, dass sie... Das ist so ein bisschen was für den Orient, oder? Für den Orient, sagst du? Das ist so international. Die Amigos hätten vielleicht ihre... Naja, die Amigos hätten... Ja, ja. Die Amigos hätten ihre Liebe eher in Ostdeutschland gefunden. Und Fernando Express, das macht sie, finde ich, so einzigartig. Genau. Und Fernando Express... Das ist mir so international. Ja, das finde ich auch gut. Ja, das finde ich wirklich, das fällt mir positiv auf. Und da muss ich zugehen, da muss ich mich dann auch noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, irgendwie mit dieser Band beschäftigen. Würde ich schon sagen, weil wenn du nämlich demnächst Support von ihnen... Genau, wenn du demnächst nämlich Support von ihnen spielen wirst, solltest du mit zwei, drei Hits draufhaben und wenigstens die Namen noch. Prepared sein, auf jeden Fall. Also, Fernando Express, das Beste. Das Beste kommt dem Nix. Nee, oder Insel des Glücks. Das Beste liegt so ein bisschen nach einer... Best. Off. Ja, du, jetzt bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, Insel des Glücks. Irgendwas habe ich bestellt. Ach, scheiß drauf. Kauft euch einfach alle Scheiben von Fernando Express, ob sie jetzt rauskommen oder nicht. Egal. Das sind zwei großartige Typen mit einer richtig geilen Schnecke hier am Mic. Amen, oder? Großartigere Frau. Amen. Das Highlight der Woche. Ja. Dann bin ich mal gespannt. Also mein Highlight, und jetzt kriege ich bestimmt wieder einen Vorwurf von dir, Mensch, jetzt nicht immer irgendwie in eigener Sache Werbung machen, aber ich hatte eher so eine lahme Woche, ja. Und mein Highlight der Woche war das Treffen in der Werkstatt nach, ich glaube, ich war jetzt drei Wochen nicht in unserer Freakmobil-Werkstatt, in unserer Freakmobil-Werkstatt. Die Sonne kam raus, das war letzte Woche am Mittwoch. Das Giesinger Bräu wurde kalt gestellt und dann gereicht. Oh, sehr leckeres Bier, sehr leckeres Bier. Es gibt einen neuen Mechaniker, der mithilft, weil leider einer von einer Leiter gefallen ist. Das heißt, das Team hat sich um unser Merchmobil ein bisschen geändert, aber auch super netter Typ. Freakmobil, bitte. Das Teil heißt Freakmobil. Das Teil heißt Freakmobil und ich bin total besoffen wieder zurückgekommen. Merchmobil heißt ein bisschen kapitalistisch. Der war auch sehr nett. Das war tatsächlich mein Highlight der Woche. Das war irgendwie ein sauschöner Tag. Alter Schwede, ist das eine langweilige Story. Das gibt es aber nicht. Ich bin auf deine Gespann. Ich bin auf deine Gespann. Du kriegst von YouTube wirklich Millionen in den Rachen geschoben, um diesen Podcast einmal in der Woche aufzunehmen. Da würde es doch nicht zu viel verlangt sein, sich ein bisschen zu beschäftigen, ein bisschen mit Mühe zu geben, ja? Ich habe alles probiert. Ich war hier im Swinger-Club neben dem Armin in so einer Industriehalle. Ich war in so einer Dominaschule hier auf der anderen Seite, auf der anderen Straßenseite. Ich habe wirklich alles durchprobiert. Mich hat es alles kalt gelassen. Bis ich den Ramon und sein Team getroffen habe und geiles Bier, es tut mir leid, das war mein Highlight. Man muss auch sagen, ich habe auch sonst nicht so viele Freunde und die haben mir so kurz vielleicht so ein bisschen Freundschaft vorgegaukelt. Vielleicht war das einfach das, was mich abgeholt hat. Weil wenn du immer Bezahlfrauen nimmst und so, das habe ich auch langsam durchschaut. Du hast richtig süchtige Fenster draußen, die an deinen Lippen kleben, die wirklich gespannt sind und eine Woche, sieben Tage lang warten und erfahren wollen, wie du deine Woche verbracht hast und was du alles erlebt hast und was du für sie wieder vorbereitet hast, was du an spritzigen, geilen Schlagzeilen auf Lager hast. Dann kommst du mit so einem Scheiß daher. Ganz schlimm. Ich möchte noch eins sagen, ich war ja letzte Woche leider bei diesen tollen Erlebnissen nicht dabei, aber ich kann mich an unser erstes Treffen erinnern, da wir das erste Mal in der Werkstatt gesprochen haben und die Jungs erzählt haben, dass nebendran, also neben dieser Werkstatt, ein Männer-Gangbang-Party-Puff war. Ja, ich weiß nicht, wie die offizielle Bezeichnung dafür ist und die haben erzählt, dass sich da wirklich die komplette Prominenz, also aus Politik und Wirtschaft, da drin getroffen hat. Das muss irgendwie so abgelaufen sein, sich gegenseitig durchgenudelt haben und es muss irgendwie so abgelaufen sein, es gab irgendwie ein Code, es stand so in so einem Klischee Security, wirklich so in schwarzen Biker-Klamotten am Eingang, du musstest irgendwie ein Code sagen, dann kamst du rein, ging glaube ich schon Sonntagnachmittag so zum Kaffeekränzchen tatsächlich, irgendwie so um 14 Uhr los und dann wurde bis in die Nacht gebumst und das Highlight, was mir noch so ein bisschen im Kopf hängen geblieben ist, war, war ein ziemlich hohes Gebäude, irgendwie so 4-5-stöckig, 4-5-stöckig, Entschuldigung, es waren aber keine Stockwerke eingebaut, sondern die Decke war einfach ziemlich hoch und sie haben oben einen Gitterpottest reingebaut, praktisch eine Gitterdecke, wenn man so sagen will. Und das waren aber gleichzeitig die Pissoirs. Das heißt, man konnte irgendwie eine Treppe hochgehen, konnte sich dann oben hinstellen und dieses Pissoir reinpissen, die oberhalb der Tanzfläche aufgestellt waren und der Clou an der ganzen Geschichte, es gab kein Abwasser. Also diese Pissoirs führten genau auf die die Pissoir genau auf die tanzenden Besucherköpfe. Großartig. Großartig. Mega. Ich hab's richtig bedauert, dass dieser Club nicht mehr existiert. Sonst wäre ich, ich glaub, ich wäre ein Stammgast geworden. Er ist nur umgezogen. Wirklich? Ja, ja. Das müssen wir mal recherchieren. Scheiß auf diese AIDA-Stories und ins Meer springen und so. Wir brauchen die die... Wir brauchen das Kennwort. Achso, wir brauchen das Kennwort. Die Adresse hast du schon? Adresse hab ich. Wir brauchen das Kennwort. Bist du schon zweimal abgewiesen worden? Ey, du kommst hier nicht rein, Alter. Aber ich bin doch... Zweimal reicht nicht. Ich bin doch auch homosexuell. Ich sage, ich wollte das jetzt im Highlight der Woche machen, aber ich bin nicht reingekommen. Ich bin doch auf der Suche nach dem Kennwort. Was könnte das für sein? Ich bin doch auch homosexuell. Du kommst hier nicht rein, Alter. Aber ich kann auch pissen. Ich hab mich extra eine Woche lang nicht gepisst. Ja, schön. Jetzt hast du dich natürlich massiv unter Druck gesetzt. Ich bin auf dein Highlight der Woche gespannt. Ich bin so gespannt. Also es wird mich jetzt umblasen. Also wow. Also jetzt haltet euch hier in Deutschland und auf den restlichen Kontinenten fest. Jetzt kommt das Highlight der Woche von Ost. Ich möchte noch eine kurze Sache dazu sagen. Nein, du musst jetzt fürs Highlight sein. Wie man ein Highlight der Woche pimpt. Ja, du kannst ja gerne mit dieser langweiligen, ich hab nette Kfz-Werkstatt-Mitarbeiter kennengelernt, erzählen. Aber du musst natürlich steigern. Und dann musst du irgendwo, zack, ja, diesen Highpoint setzen, Pissoirs, in die reingepisst wird und die Pisser auf die Leute drauf fliegt. Das ist natürlich, da machen die Leute vor den Hörab, wie sagt man denn, Abhörboxen. Da staunen sie dann auch plötzlich. Und du siehst dann lächeln und ein glückliches Gesicht. So macht man das. Also, mein Highlight der Woche. Mein Highlight der Woche. Ja, scheiße. War das Rasenmähen? Nee, so spektakulär war es nicht. Ich war am Freitag auf den Hosen in Bayreuth. Die Hosen haben hier direkt ums Eck gespielt und ich hab mir die toten Hosen mal wieder nach, also es war ein richtiges Konzert, glaube ich, das erste Mal seit 15 Jahren mal wieder reingezogen und ich war mega beeindruckt. Okay. Vor allem, es wird noch, es wird noch. Vor allem tatsächlich, ich muss meinen Hut ziehen vor Campino, der mittlerweile, keine Ahnung, 52, 53 Jahre alt ist. Der gibt Vollgas oder was? Der gibt Vollgas, Alter. Also da können wir uns Jungs unter echt eine Scheibe abschneiden. Was der abläuft und abperformt auf der Bühne, das ist schon echt großartig. Ich finde die Ansagen von ihm mega. Das ist wirklich, ja, ja, du, das ist wie so ein Entertainer, der seine Gäste so durchs Programm führt. Du hast kein einziges Äh und Äh und Äh, was wollte ich nochmal sagen, sondern das ist halt irgendwie alles immer stimmig und eloquent und die Ansagen, die bringt er auf den Punkt und dann geht's irgendwie weiter mit dem nächsten Song. Ich war echt saumäßig beeindruckt. Sie haben sauviele alte, geile Songs gespielt. Nicht nur die Hits, also viele andere Bands hätten, so wie wir, die sich nur auf ihre Hits verlassen. Das haben die Hosen tatsächlich nicht gemacht. Sie haben so ein Fifty-Fifty-Programm irgendwie zusammengestellt. Das war natürlich irgendwie Alters Fieber und Jägermeister und Zeit für neue Hymnen und Lichterloh. Die waren natürlich im Programm, ganz klar. Haben sie wieder mal uns gecovert, okay? Ja, ja. Haben sie nur zu Besuch gespielt? Das würde mich interessieren. Nur zu Besuch haben sie nicht gespielt. Sie haben aber Schrei nach Liebe gespielt, was ich echt sehr groß finde. Das ist eine Band wie die Hosen. Die hatten ja einen richtig langen und wirklich fetten Beef mit den Ärzten. Und dann aber zu sagen, pass auf, der geilste und fetteste, beste Anti-Nazi-Song ist nun mal Schrei nach Liebe. Und egal, ob das jetzt von unseren, mittlerweile nicht mehr Feinden, weil ich glaube, die sind mittlerweile ganz dicker, aber von unseren ehemaligen Erzfeinden ist, dieser Song ist zu gut. Da trifft es so auf den Punkt. Wir spielen den einfach live. Da, finde ich, gehört schon größer dazu. Da kenne ich nicht viele Bands, die das gemacht hätten. Genau, das war ein sehr schöner Abend. Ich habe den dann verlassen und bin auf einen runden Geburtstag, bei dem 40. Geburtstag gefahren. Okay. Sozusagen die Aftershow-Party zu den Toten Hosen. Und da wartete auf mich ein Alleinunterhalter, den ich so noch nicht gesehen und gehört habe. Alter, verfickter Schwede. Also der hat dann die Hosen getoppt sozusagen. War das geil. Ja, er konnte nur eine Oktave singen. Okay. Also mehr war tatsächlich nicht drin. Hat sie alle gespielt, hat alle Hits, die man, die man, die man wirklich braucht. Irgendwie, irgendwo, irgendwann, Sternenhimmel, Johnny Döp, 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 Johnny Döp. Fliegerlied natürlich mit kompletter Choreografie. Wahnsinn. Und er hat eigentlich nur das Einzige, das war so ein Bariton eigentlich. Das heißt, es gab in den Songs gar keine Spannung. Ich finde, Song ist eher, außer vielleicht bei Rammstein, aber selbst da wird es dann irgendwie so ein bisschen getragener und so. Und ja, das alles irgendwie so. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Töner treffen war auch nicht so seins. Also da habe ich mir, beziehungsweise ich habe gespürt, in mir, auf mich war da noch so eine Alleinunterhalterkarriere. Ich glaube, ich werde das in Zukunft mal angehen. Fand ich großartig, diesen Typen, ähm, würde ihn eventuell sogar auch auf den Maskenball einladen. Dass man einfach so eine, so eine zweite Bühne aufmacht. Das Fundus an Bands wird immer größer. An geilen Bands. Ja, so eine Second Stage. Also bei Wacken ist es harder und lauter und bei uns ist es dann, äh, faster und, keine Ahnung, schlageresker, äh, funny. Und schlechter. Ja, aber auf der schlechter Stage würden dann wir spielen, ganz klar. Weil ich finde die Giganten hier, Alleinunterhalter Herbert und, äh, Fernando Express, die müssen ganz vorne spielen. Ja, das war mein Highlight der Woche. War nicht ganz so geil wie wir. Und der hieß Herbert? Ich nenne ihn Herbert. Ah ja, er ist Herbert. Ich meine, was schon gut ist für mich, wenn die nicht so hoch singen oder wenn die nicht so auf sich aufmerksam machen, dann stören sie nicht so, ne? Dann laufen die so im Hintergrund mit und die Stimme, die zieht eigentlich in Bann, sondern es läuft dann so mit und blubbert dann irgendwie so im Hintergrund und man kann sich schon weiter unterhalten und besaufen. Ja, ja, total. Und ich muss sagen, ich habe es wirklich abgefeuert. Ich habe jeden Song am lautesten geklatscht, so dass es die anderen Gästen, inklusive der Gastgeberin, schon so ein bisschen peinlich war, weil sie nicht geglaubt hat. Ja, das muss man machen. Ja, weil sie nicht geglaubt hat, dass ich es wirklich so gut finde. Habe diverse Videos gemacht und das in alle Gruppen, die ich so habe, geschickt. Und zum krönenden Abschluss habe ich sogar mein Tanzbein geschwungen. Ich habe tatsächlich getanzt, mein Freund. Du hast da noch getanzt? Ja, und zwar wirklich Paartanz. Das ist großartig. Hast du noch ein Selfie auch mit dem Herbert gemacht? Nee, ich hätte den Herbert einladen sollen zum Tanzen. Fuck. Ach, scheiße. Er muss ja singen. Ja, das ist eh alles Playback gewesen, Alter. Zumindest der Gesang. Ich bin mir sicher, er hat ein fettes Sendermikrofon gehabt. Er hätte gleichzeitig mit mir singen können. Das habe ich tatsächlich ein bisschen vermisst, weil dieser Alleinunterhalter hat meistens so ein Headset-Mikrofon auf. Das hat er leider nicht gehabt. Ja, schade, schade, schade. Aber auf der anderen Seite ist ein Alleinunterhalterjob echt geil, ne? Der spielt seine vier, fünf Stunden. Es kommt eh alles aus der Büchse. Klar, er drückt, glaube ich, dann irgendwie noch den Hauptakkord. Dann muss er die Texte... Trinkt ein bisschen Bier dabei. Genau, er muss die Texte ablesen können, das muss er noch schaffen. Kann sich besaufen, kriegt meistens richtig geiles Futter, weil die Leute sich ja Mühe gegeben auf ihren Hochzeiten, auf ihren Geburtstagen. Und ich habe noch mitgekriegt, wie er für die Familie für den nächsten Tag auch noch was eingepackt hat. Kein Witz. Er hatte zwei Kinder, das habe ich mitgekriegt. Ja, und er hat dann mit einer Alufolie den Saal verlassen, voller Schnitzel und Bratwürsten. Mega Typ. Ja, und wenn es gut läuft, wenn du es drauf anlegst und wenn du keine Familie hast oder auch wenn du eine Familie hast, kannst du ja vielleicht noch die ein oder andere frustrierte, besoffene Gastfreundin. Also einfach Besucherin. Ja, die Kirchen sind meistens nüchtern, weil die müssen selber arbeiten. Aber absolut, so eine frustrierte Alter, deren Mann schon 8 Uhr ging der Geburtstag los. 21.30 Uhr ist der Mann mit drei Kumpels an der Bar verschwunden. 21.55 Uhr total dicht, nur noch peinlich. Und die Alter ist natürlich voll gepisst und denkt sich, pass auf Alter, ich habe zwar jetzt kein AIDA hier oder beziehungsweise kein Kreuzfahrtschiff, von dem ich irgendwie ins Meer springen kann, aber ich räche mich anders. Ich brenne jetzt einfach mit dem Alleinunterhalter durch. Total. Und dann wird die Pause dann doch ein bisschen länger. Das sehe ich auch die Möglichkeit. Ja. Ja, geil. Du, sehr musikalisch heute. Ich würde sagen, dann gleich unsere Podcast, Entschuldigung, ja doch, Podcast Playlist Songs. Ja, was hast du da? Also ich bleibe im Thema. Ich habe jetzt den Song in Chemnitz und in Bayreuth gehört von den Hosen und deswegen möchte ich, die haben wir glaube ich noch nicht drauf, die Hosen. Deswegen möchte ich gerne Sascha von den Hosen auf die Playlist setzen. Habe ich ewig lang nicht. Haben sie auch gespielt? Haben sie gespielt? Saugeil. Ich habe den ewig lang nicht mehr gehört, den Song. Und ich war überrascht, dass ich den kompletten Text immer noch auswendig kannte. Ich habe ja auch mal die Hosen gesehen, also ein bisschen schon ein paar Jahre her. Und ich weiß nicht, der ultimative Hosenfan, aber ich kannte jeden Song. Ja, das ist krass. Jeden Song. Das ist echt beeindruckend. Ja. Die Fange macht Spaß und ich habe aber auch gar nicht so viel erwartet und es war auch echt, war saugeil. Da gab es auch gar keine große Lightshow oder irgendwas. Es war einfach, die Hosen haben gespielt. Absolut. Genau. Die Lightshow hat sich irgendwie Grenzen gehalten. Das war alles gut. Was aber sehr gut war, war der Videocontent. Videocontent ist das, was auf den Leinwänden hinten läuft und auch die Übertragung links und rechts, damit die Menschen, die etwas kleiner sind, auch den Sänger mal zu Gesicht bekommen. Die fand ich sensationell. Tatsächlich, da waren gute Leute am Werk. Okay. Okay. Also mein Song ist Sascha von den Hosen. Okay. Ich habe ja vorhin schon einen Grobschnitt erwähnt. Ich werde es aber, weil da würde ich gerne noch ein paar Worte dazu sagen, in einer anderen Sendung mal draufpacken. Eminem hat ein neues Album rausgebracht. Ja. Mitbekommen. Genau. Habe ich innerhalb von drei Tagen nicht angekündigt, einfach rausgeballert und auf Platz zwei, glaube ich, in Deutschland eingestiegen. Oh, das weiß ich gar nicht, wo das eingestiegen ist. Ohne, ohne, ohne. Auf Spotify, da gibt es schon wieder ganz schön viele Klicks und so. Saugeile Albumtitel übrigens. Kamikaze. Kamikaze, ja. Finde ich übrigens einen großen Künstler und ich habe mich so beim Laufen, beim Joggen mal ein bisschen mit dem Album beschäftigt, kam noch nicht so richtig rein. Kann auch an mir liegen. Nee, ich auch nicht. Ich habe es auch nicht gepackt. Aber ganz klar, Eminem muss auf unsere Playlist und deswegen habe ich mir Without Me ausgedacht. Sehr gut. Geiles Song. Habe ich früher in meiner, wir hatten früher so eine... Megasong. Sehr unerfolgreiche Hochzeitsband. Und da habe ich tatsächlich, haben wir immer diesen Song gespielt, live. Als Rock-Metal-Band. Okay. Und du hast ihn gerappt? Ich habe ihn leider nicht gerappt. Mittlerweile könnte ich ihn rappen. Damals war ich noch nicht so firm, was Rap angeht. Da habe ich die Rhymes noch nicht so draufgehabt, weißt du. Okay. Okay, Amen, oder? Zu dem, eine Frage würde ich euch sagen, pack mal noch. Welches Buch hat euch nachhaltig verändert? Verändert, nachhaltig. Hat dich gegen ein Buch verändert? Also grundsätzlich finde ich es toll, eine Bücherfrage zu haben. Finde ich grundsätzlich super. Ja. Also jedes gute Buch, finde ich, beeinflusst einen so ein bisschen in seinem Denken, in seinem Leben. Dann pickt man ja auch wieder irgendwelche Phrasen, irgendwelche Sätze raus. Nee, nee, da muss man schon irgendwie ein bisschen drauf eingehen. Und es gibt sowohl Romane als auch Sachbücher, die mir jetzt irgendwie sofort einfallen. Ich fange mal mit einem Sachbuch zum Beispiel an, das war vom Totenhöfer. Ja, ich weiß, welches Buch du meinst. Da geht es im Nahen aus. Aber ich meine jetzt nicht, dass irgendwie so und so viel Zeit im IS. Ach so, das meinst du nicht. Okay. Weil als er den IS besucht hat, meinen Besuch beim IS oder so, oder 40 Tage beim IS, das fand ich schon ein großartiges Buch. Das war schon, da hast du auch die Stimmung so ein bisschen gespürt, als du das Buch gelesen hast. Wie eindimensional und wie geschlossen und von der Außenwelt abgeschnitten, der IS damals war. Jetzt ist er Gott sei Dank zumindest teilweise geschlagen. Genau. Und man muss auch sagen, Jürgen Totenhöfer steht immer in der Kritik. Aber trotzdem, es lohnt sich, da mal in das ein oder andere Buch reinzuschauen, weil ich finde, er gibt nochmal so einen anderen Blick auf das Ganze. Und ich glaube, was ich damals gut fand, war, warum tötest du, Said? Aber auch das ist erst zehn Tage im IS. Ich habe jetzt hier gerade mal ein bisschen recherchiert. Das ist auch echt lesenswert. Das war das eine. Und dann ein Buch, komischerweise, also es gibt viele Bücher, aber was irgendwie mir total hängen geblieben ist, war der Vorleser. Hast du ihn gelesen? Nee, habe ich nicht gelesen. Ich kenne nur den Film. Mit der sehr, 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 sehr gut aussehenden Cate Blanche, glaube ich, oder? Winslet, oder? Wie heißt sie? Cate Winslet. Sorry, Cate Winslet. Ja, mein Fehler. Cate Winslet. Finde ich sehr attraktiv. Fand ich zu Titanic-Zeiten gar nicht. Mittlerweile stehe ich voll auf sie. Und zwar in dem Film. Der Gott, halt, da bin ich voll bei mir. Also ich finde auch, die hatte ja irgendwie so einen Hype zur Titanic-Zeit gehabt. Und ich fand, aber da war ich natürlich, vielleicht waren wir auch einfach noch nicht reif genug. Muss man auch sagen. Kann auch daran her. Ja. Und jetzt kennst du den Film, der Gott des Gemetzels? Mit Christoph Waltz. Ja, logisch, logisch. Ja, mit Christoph Waltz. Und Jodie Foster und so. Im Kino damals. Jawohl. Ja, mega Film, finde ich. Und da schaut sie Bombe aus. Da habe ich mich echt für drei Sekunden mal verliebt in die Frau. Ich kann mich voll an den Film erinnern, übrigens, für die, die den nicht gesehen haben. Der spielt komplett eineinhalb Stunden in einem Raum. Finde ich wirklich eine schauspielerische Leistung. Wird nicht langweilig, macht super Spaß. Wie sie genau in diesem Film aussah, der bestimmt auch schon wieder zehn Jahre alt ist, weiß ich gerade nicht. Aber bestimmt gut. Also ich bin bei dir. Die ist echt, die ist geil. Die ist gereift, ne? Oder ich bin gereift. Wie so ein guter alter Wein. Ja. Und das Buch, der Vorleser fängt ein bisschen an wie so ein Porno, finde ich. Das Buch, der Vorleser. Also, oder wie so ein schlechter Erotik-Film. Also ich habe das irgendwie so, ich weiß auch nicht. Irgendwie hatte ich das auf einmal in dem Bett liegen. Ich habe damit angefangen und erst mal in den Latte bekommen. Und dann hat mich das aber motiviert, weiterzulesen. Und es geht dann eigentlich um die Verarbeitung der NS-Zeit. Das ist einfach mal zwei Bücher, die mir gerade einfallen. Ich war am Donnerstag bei einem Videodreh und der Regisseur, ein sehr guter Freund von uns, kann Pornosynchronstimmen mega geil nachmachen. Und das ist wirklich großartig. Da wirst du wirklich richtig schafft, wenn du dann anfängst, ja, oh, mehr, zu sagen. Viel geiler, als ich das jetzt mache. Bei mir wirkt das eher so ein bisschen abstoßend. Wobei, ich wäre eher bei den weiblichen Synchronstimmen geil. Aber gut, ist Geschmackssache. Ich bin ja eh bei den Männern. Ja, was mich angeht, mir geht es ähnlich. Also es gibt kein Buch, wo ich sage, okay, das ist meine Bibel. Die führe ich immer mit mir und auf dieses Buch verweise ich jedes Mal. Es gibt aber schon Bücher wie Chick zum Beispiel. Das war ein Buchtipp von dir, von Wolfgang Herndorf. Das war wirklich ein wahnsinnig geiles Buch. So eine schöne Road-Movie-Geschichte über zwei Jungs, die einen Sommer zusammen verbringen und dann irgendwie an Auto klauen und unterwegs sind. Großartiges Buch. Dann die Biografie von Anthony Kiddies. Ja. Ist ein Buch, an das ich sehr oft zurückdenke. Bin ich bei dir? Ich habe mal so einen riesengroßen oder einen dicken Wälzer gelesen. Le Miserable von Victor Hugo. Kennst du den? Okay. Also das Buch? Den Namen kenne ich, aber das Buch kenne ich. Jaja, das war auch gut. Und als letztes, Heinz Strung, immer ein Tipp. Der goldene Handschuh. Ja, oder Fleisch ist mein Gemüse. Schon ein paar Jahre her. Oder Fleisch ist mein Gemüse, genau. Goldene Handschuh, für alle, die es nicht wissen, ist eine Kneipe auf der Reeperbahn. Also wirklich die versiffteste und abgefuckte Kneipe auf der ganzen Reeperbahn. Die gibt es, glaube ich, seit 850 Jahren. Und da trifft sich wirklich alles, was, also böse gesagt, so der Abschaum der Reeperbahn-Szene, so die Drogensüchtigen und die Crack-Nutten und alles trifft sich da. Und ich habe zuerst das Buch gelesen und fand es super beeindruckend, weil du auch so einen Geschmack irgendwie so im Kopf und in der Nase hattest, wie es in dieser Kneipe riechen muss und aussehen muss. Und nachdem ich das Buch gelesen habe, das handelt übrigens um, das Buch geht um Fritz Honka, das war ein Massenmörder oder Serienmörder, der sich da in dieser Kneipe rumgetrieben hat und diese obdachlosen Nutten mit nach Hause genommen hat und sie dann zuerst versklavt hat und dann umgebracht hat und hinter der Couch gehortet hat. Mit irgendwie tausenden von Duftbäumen, damit dieser Leichengestank nicht so auffällt. Ähm, jedenfalls war ich, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, dann auch mal in dieser Kneipe drin und es war ohne Scheiß, es war genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Es gab nur einen einzigen Unterschied, ich habe das Klo auf der rechten Seite erwartet und nicht auf der linken Seite. Yeah, genau. Man muss sagen, diese Kneipe, das ist wirklich die Sammelstelle aller Leute, die abstürzen und inzwischen festes Repertoire von Hämatom, wenn wir in Hamburg unterwegs sind. Also, eine kurze Geschichte dazu, als wir letztens bei den, äh, bei den, äh, bei den, äh, da hast du Lost in der Kneipe, ne? Ja, ja, bei den Release-Shows, bei den Release-Shows in Hamburg, ähm, wir haben es ein bisschen krachen lassen und sind dann, haben die Nightliner Nightliner sein lassen, den haben wir nach Berlin fahren lassen und, äh, sind selber noch auf der Rewebahn geblieben, ähm, haben dann diverse Abstürze gehabt und ich bin dann irgendwann um 5 Uhr früh alleine, weil ich den Rest nicht mehr gefunden habe, in dieser Kneipe gelandet. Ähm, Akku, äh, Prozent an, Zeige, war bei 6 Prozent. Ich hatte, ich hatte richtig mit der Angst zu tun, dass ich da nicht mehr rauskomme und war total müde an dieser Theke und um mich rum, dieser, dieser komischen, ähm, dunklen Gestalten. Also. Und die Angst im Nacken, das ist auch wieder in Serien. Ja, nein, und nein, ich war kurz vorm Einschlafen. Sie kein Opfer sucht. Genau, und ich war, ich war kurz vorm Einschlafen und ich hab mir nur die ganze Zeit gedacht, Alter, du darfst, du darfst hier nicht einschlafen. Du darfst jetzt hier nicht einschlafen, sonst wachst du irgendwie vergewaltigt und ausgeraubt unten auf der, auf dem Toilette, auf der Toilette links auf. Und, ähm, wirst deines Lebens nicht mehr froh. Genau, aber jetzt, wo wir bei den Büchern sind, kurz zum Abschluss, ähm, haben wir letzte Woche leider vergessen, ähm, das Handbuch der österreichischen Schimpfwörter. Das ist ein Buch, das mich wirklich nachhaltig verändert hat. Ähm, wir hatten damals... Und wir wollten regelmäßig daraus vorlesen, ne? Ja, ja, eben, ich hab das leider verkackt letzte Woche, das war mein Fehler. Ähm, wir haben, ähm, damals schon angefangen, haben, glaub ich, die Seite 13 damals, ähm, abgearbeitet. Und ich würde gerne noch zum Schluss, ähm, nochmal eine Seite durchnehmen. Ich hatte nämlich, ähm, ja, jemand hat mich angerufen, beziehungsweise mir eine WhatsApp geschrieben, ein österreichischer Fan, und hab mich so ein bisschen berichtigt, was die Aussprache... Achso, achso, okay. Ich, ich, ich... Mein österreichischer Dialekt war wohl nicht so gut, wie ich mir das einbilde. Ist mir egal, ich mach ihn trotzdem sehr gerne und würde weiterhin in dieser, mit diesem Dialekt, äh, eine Seite deiner Wahl, äh, vorlesen. Sag mir, sag mir einfach eine Seitenzahl. Also ich geh ganz klar heute auf die 27. Auf die 27. Die werde ich dir sofort liefern. Hier hab ich sie. Oh, oh, da hast du tatsächlich eine Seite mit sehr wenig, ähm, Wörtern ausgesucht. Egal. Du kannst mir auf... Uft... Külbeko. Was? Ich wiederhole's. Du kannst mir... Uft Külbeko. Ich, ich rat mal, du kannst mich am Arsch lecken. Nee. Ja, doch, doch. Du kannst mich mal... Du kannst mir auf den Jammer kommen. Heißt das, glaub ich, ein... Okay, alles klar. Naja. Okay, nächste. Ach, da sind wir wieder am Thema. Du kleiner Schaß. Du kleiner Scheiß. Du kleiner Schaß heißt, ähm, du kleiner Furz. Wie du sagen würdest, du kleiner Pups. Was du immer Pups sagst, statt Furzen. Okay, nächst. Aber ich muss sagen, das Schocking ist grad gar nicht so groß, ne? Es ist jetzt irgendwie so... Alles irgendwie so leichter zu erraten, als das letzte Mal. Ja, aber du kannst mir uff de Külbeko. Da musst du schon... Ja, aber inhaltlich, weicher, genau richtig. Pass auf, wir sind jetzt am Anfang. Du kriegst ja nicht einmal im Tierheim am Platz, du Fiech. Ganz klar. Das ist ja geil. Du kriegst ja nicht einmal im Tierheim am Platz, du Fiech. Aber ich glaube, ich weiß aber, was der Bekannte aus Österreich meint. Ich glaube, der muss jetzt langsamer sprechen. Okay, dann versuch ich's ein bisschen. Du kriegst ja nicht einmal im... Also ich glaube, man muss jetzt noch mehr so Kaugummi-mäßig auseinanderziehen. Okay, ich versuch's. Du kriegst ja nicht einmal im Tierheim am Platz, du Fiech. Ja, jetzt schon besser. Besser? Hat, glaube ich, jeder außen verstanden, ja. Ja, ich hab's auch verstanden. Ein nächstes, das nächste Wort... Das nächste Wort wäre... Du Larifari. Du irgendwas. Du Larifari. Du konturloses Wesen. Huh, das ist eine Beleidigung, die musst du dir aufschreiben. Das ist so Südsprache. Ja, so Larifari. Du Loch in der Natur. Das ist jetzt hier die Beleidigungsseite, ganz klar. Das sind doch die Schimpfwörter. Natürlich sind das Beleidigungen. Du Loch in der Natur finde ich schon großartig, Alter. Loch in der Natur ist gut, aber ich versteh's noch nicht ganz. Einfach nur Loch in der Natur. Nein, du absolutes Nichts. Du absolutes Nichts. Du Loch in der Natur. Warte, das schreibe ich mir mal kurz so auf. Das gefällt mir. Also auch ohne Dialekt gefällt mir das. Okay. Ich überspringe einen, weil der ist zu leicht. Das nächste wäre... Du märchtlatter Socken. Du märchtlatter Socken. Weißt du nicht, wie man märchtlatter ausspricht? Ich kenn das Wort nicht. Du märchtlatter Socken. Märchtlatter Socken. Stinksocke. Okay. Märchtlatter Socken. Okay. Ich glaub, der nächste ist auch wieder nicht schlecht. Du missgeburt von einem Affen. Das klingt man nicht. Nein, das klingt eher nach Nord. Okay, der letzte. Er würde aber dann sagen, du missgeburt von einem Affen. Du Affe. Genau. Weißt du was? Du bist du Affe. Du bist ein Affe. Okay. Das ist die Schlagfertigkeit von Nord. Ja, ja. Der letzte ist, du mit den Schweiffliegen Heiligenschein. Du mit den Schweiffliegen Heiligenschein. Schweiffliegen? Ach nee, scheiße, fuck. Ich hab's komplett falsch gelesen. Sorry. Wir schneiden an dieser Stelle und ich mach's nochmal. Also ich hab noch einen. Du mit deinen Schweiffliegen Heiligenschein. Schweiffliegen. Soll das heißen. Ah. Ah, okay. Du diabolischer Heuchler. Ja, Süd. Sorry. War nicht so gut wie das letzte Mal. Nee, aber also hier, du Loch in der Natur, das gefällt mir. Du Loch in der Natur, weißt du was? Ich glaub, wir müssen das D überspringen. Da kannst du so überraschen, dann erstmal so bei deinem Beschimpfungsobjekt, das wird dann erstmal so nachdenken, so wie ich gerade, hey, was will der jetzt? Ja. Und dann merkt er, oh, das ist eine sehr tiefgründige Beleidigung. Ja, das Problem ist, bei D. Ist notiert. Ja, ja, bei D muss man ein bisschen aufpassen, weil da ist alles so Du, Du, Du. Ja, und da versteht man das dann leichter. Viel geiler wäre dann sowas wie Dilo. Weißt du, was ein Dilo ist? Ein Dilo ist ein Dummkopf. Ah, okay. Okay, soviel zu diesem Buch. Also wirklich großartiges Geschenk. Immer wieder ein großes Dankeschön nach Österreich. Ja, wir haben's, oder? Ja. Ich glaub, wir haben damit auch den längsten Podcast unserer Karriere heute aufgenommen. Alles klar? Ihr Luschenmuschis. Ich geh jetzt noch ins Solarium und spanne ein paar geilen Ohmes hinterher. Bis nächste Woche, ihr Müsli-Fotzen-Ficker. Weißt du, was du bist? Du bist auch so ein Müsli-Fotzen-Ficker. Der ist wirklich, der West, der hat einen Alltag, ein Leben, das ist schon beängstig. Wenn die einzige Aufgabe in deiner Woche ist, sich ein paar Schimpfwörter zu überlegen, oder beziehungsweise sich zu überlegen, wie du uns beleidigst am Montagmorgen, da brauchst du dich nicht wunden, dass man so entspannt Bus fahren kann den ganzen Tag. Okay, Leute, das war's, wir sehen uns, wir hören uns nächste Woche. Tschüss, oder? Tschüss, tschüss. Tschüss und Amen. Tschüss, tschüss, tschüss. Das war der Hämatom-Beichtstuhl, der freakige Podcast der vier Himmelsrichtungen. Jeden Mittwoch genau hier. Abonniert jetzt den Hämatom-YouTube-Channel, um keine Folge zu verpassen. Das war der Hämatom-Beichtstuhl.